Körperpflege wird auch bei Gänsen und Enten großgeschrieben. Vor allem, wenn sich ein Gast angekündigt hat. Auch die Lämmer im Stall sind schon neugierig und der Esel im Nebengehege sowieso. Denn das Gut Bickenried in Irsee erwartet hohen Besuch. Um Punkt 10 Uhr ist er vorgefahren. Bischof Konrad Staser aus Augsburg informiert sich heute über die Fazenda di Esperanza, den Hof der Hoffnung. Die Bewohner begrüßen den Geistlichen herzlich. Der wiederum fühlt sich sichtlich wohl. Einer unserer Jungs hat das gemacht. Und nur die Farben von meinem Bischofswappen. Ach echt? Das sind die brasilianesten Farben. Wir sind voll zu Hause. Saludos. Wunderbar. Dass es hier direkt Vergleiche mit Brasilien gibt, ist naheliegend. Denn von dort stammt die Idee für die Fazendas. Entstanden in Brasilien vor 30 Jahren durch einen deutschen Franziskaner Missionar, der in seiner Pfarrei einfach auch auf die zugegangen sind, die am Rand der Gesellschaft standen. Und ein Jugendlicher aus seiner Pfarrei ist dann auf eine Straßenecke mit Drogenabhängigen zugegangen. Und so ist das vor 30 Jahren entstanden. 94 Versenders gibt es weltweit. In Deutschland sind es vier für Männer und zwei für Frauen. Die Fazenda in Irsee ist eine Wohn- und Lebensgemeinschaft für Männer. Deren Tag ist klar strukturiert. Wir stehen um 6 Uhr auf. 6.30 Uhr ist Frühstück. 7 Uhr machen wir ein Morgengebet oder feiern die Heilige Messe. Und dann von 8 bis 12 und von 1 bis um 5 wird gearbeitet. In unterschiedlichen Bereichen. Wir haben keine Angestellten. Ja, das heißt also, es wird Wäsche gewaschen. Wir kochen selber. Wir pflegen die Tiere. Wir sorgen uns um das ganze Anwesen hier. Bedienen die Gäste im Hofcafé oder nehmen andere Gäste auch auf. Und arbeiten für ein kirchliches Hilfswerk Kirche in Not. Die Mitarbeiter auf Gut Beckenried kümmern sich um den Versand für Kirche in Not. Die ehrenamtliche Arbeit ist eine Säule der Versenders. Neben der Gemeinschaft und der Spiritualität. Mit Gottes Hilfe konzentrieren sich die Bewohner auf das Wesentliche. Ich habe immer gesprochen in vielen Versammlungen der Dekanate, dass ich mich sehne nach einer einfachen Kirche. Habe aber immer sofort hinzugefügt, nicht simpel und nicht primitiv. So möchte ich das auch betont wissen. Die Einfachheit, die aus dem wirklich gelebten Glauben kommt. Und die das Leben aber erst auch richtig lebendig macht. Wo wir die Dinge, die uns umgeben, wahrnehmen, sie schätzen, mit ihnen umgehen. Und daraus wächst dann eine bleibende Freude. Im persönlichen Gespräch erfährt der Augsburger Bischof die Geschichten der einzelnen Bewohner. Der Weg in ein sinnerfülltes Leben war für viele der Männer nicht einfach. Ja, ich war drogenabhängig und ich bin hier vier Jahre gewesen. Und das war in der ersten Zeit hier sehr schwierig. Weil, kann man sagen, ich bin von der Straße gekommen und mit so einem Haufen Leute hier, das alles durchzustehen, die Schwierigkeiten und so. Und das war in der ersten Zeit für mich sehr schwierig. Für Pater Christian Haim geht es bald auf die Versende, auf der in Brasilien alles begann. Gora Chingeta. Das ist auch die Heimatstadt seines Nachfolgers, Luis Fernando Bras. Ich war vorher vier Jahre und sieben Monate in Xanten als Leiter, auch ein Versender dort. Und da haben wir, also dieser Lebensstil ist das Gleiche. Nur der Ort hat sich gewechselt und so möchte ich. Also mit den Jungs leben, als Familie, von denen auch viel lernen und auch von mir was geben. Den Sinn im Leben wiederfinden. Ganz unabhängig von der eigenen Konfession ist das auf Gut Beckenried möglich. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Vielen Dank. ertaurn Untertitelung des ZDF, 2020